Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zweitens, im Job nicht untergehen Na, Sie sind aber heute ganz schön spät dran Ich habe hier zwei Möglichkeiten Die Männervariante, furchtbarer Stau, Stromausfall, Vergaser kaputt Oder? Mammografie Drittens, mehr Zeit mit Richard verbringen Du bist bestimmt völlig erschossen Nein, nicht völlig Viertens, die Kinder Kuchenbasar im Kindergarten, Weihnachtsdeko, Geburtstagsparty Wie schaffst du das nur? Wie schaffst du das nur? Ich weiß nicht, wie sie das schafft All die Kinder Ich habe zwei Ja, totale Wahnsinn Sie haben vier Ja, aber zwei davon sind Zwillinge Jack Abelhammer vom New Yorker Büro war ganz hin und weg Und möchte gern die Autoren kennenlernen Oh Gott, Entschuldigung Wie lange sind Sie schon hier? Lange genug Aber fahren Sie ruhig fort, wenn Sie noch etwas richten wollen Das könnte ein großer Schritt nach vorne sein Und dann könnten Ihre Kinder endlich noch mehr Zeit mit ihrem Kindermädchen verbringen Sind Sie mit Ben beim Friseur gewesen? Ja Oh, das war sein erster Haarschnitt Sein erster Haarschnitt, ich verpasse alles Entschuldigung, Kinder haben Läuse, lass dich untersuchen Ist alles in Ordnung? Ja Ich musste mir die ganze Zeit vorstellen, wie diese kleinen Viecher aus meinen Haaren auf seinen Schreibtisch springen Ich liebe meine Arbeit, auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass ich sie nicht so sehr liebe Kinder darf man auch mal vermissen Sie müssen sofort runterfliegen, so kann das nicht weitergehen Du kannst doch nicht kündigen Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, ständig über Prioritäten nachzudenken Der Job ist einfach ein Teil von mir Aber andererseits bin ich ohne dich und Ben und Emily gar nichts Unser ganzes Leben ist kurz davor, den Bach runterzugehen Und du versuchst, das alles mit Sex zu überspielen Ist das der Plan? Ja Finde ich gut Das der Plan? Ja